Der Vila Techno hat Musik an. Ja, das ist der da. Also wieder Terra. Aber du hast auch nicht immer getroffen, oder? Nee. Okay, gut. Aber wenn du nämlich schon mit triffst, dann ziehst du da einiges mehr. Bisschen daneben geschossen. Bisschen. Ich glaub dir kein Wort. Ja, dreimal hab ich getroffen. Viermal. Du hättest dir mal getroffen, Mann. Es wird Ihnen die Hälfte, ja genau. Jetzt überlegt mal, wenn du alle getroffen hättest. Hättest du, müsste hättest du jetzt gelangen können. Hättest du getroffen worden, Goh. Ja, wir haben einen goldenen Schneemann. Ja? Okay. Aber die Ausrede zählt nur, wenn wir jetzt wieder einen finden, ne? Aber Punkte macht man eigentlich gar nicht mehr so schlecht. 24.000 haben wir schon mit Leben. Ja okay, wir haben auch einen goldenen gefunden, aber... 27.000 die Stunde ist okay. So ein normales Infanterie in einem nicht ganz so geilen Kampf. Ja, eigentlich ist das KD von 0-2 geht auch noch dafür, dass wir ihn noch suchen. Wir haben einen Nuller mit null Kills und zwei Toten, weil ich keine Wacke habe. 0-2. Ja, ich hab auch 0-2. Du fährst ja auch mit mir, also... Ich brauch jetzt noch sechs Schneemänner und dann geh mal kämpfen. Äh, nee. Doch. Dann können wir den König der Lüfte machen. Du hast ja den Hut schon, dann kannst du die Kills machen. Ich hab den Hut nicht. Ich hab den verletzten. Ja, die heißen aber nicht IS. Den anderen ist eine NS-Hüte. Ja, das zählt ja auch Hauptsache und Weihnachtshelm. Ähm. Nein, nein, nein. Du wirst schon die IS brauchen, nicht die NS. Lass mich den. Meiner. Wenn du nicht packst... Also du hast noch Mine, weil... Lass mich, das ist Meiner. Nein! Und gut, lass nicht den... Du brauchst nicht den IS, du brauchst Weihnachtshut. Steht da drin, Weihnachtshut. Nicht IS, Weihnachtshut. Warte, die Mission. Oh, wenn du einen Weihnachtshut trägst. Nice! Äh. Aus den Ändern, Helm. Nee, diese Gegenstände sind nur während der Weihnachtssaison nutzbar, steht da. Die sind nicht freigeschaltet. Okay. Ja, ich sollte auch mal wieder die ganzen Halloween-Helme absetzen dann. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ich sollte dann... Also wenn du mal in den Kampf gehst, dann setz ich mal die ganzen Halloween-Helme ab, weil die sind einfach zu offensichtlich. Du findest einen zu gut damit. Das stimmt auch. Nein... Aber ich schalte den... Okay, ich gehe mal die Radio an. Bei Vila Techno hat die Musik an! Ja, das wäre der da. Dann sind wir das ein bisschen mit dem im rosa... Im rosa, Sonnen. ich kann herrn als Musik der Kürbenspiel kriegt dies gar nicht in der Gegend und ich sag doch schießt doch einfach weil ich hätte diese ewig weg gewesen der Kopf und wir will einfach gegen schießen da ist alles voll mit Geist ja okay dann gehe ich jetzt ja fahr weg hier aber das wieder irgendwas punkt egal bekommen ne ne ist doch nicht da ich habe Punkte gekriegt gerade eben dann hast du irgendwas geschafft ich habe jetzt nach 0 für heute ist der gegnerische Harris glaube ich habe ich nicht gesehen er müsste hier vor uns auf der Straße fahren er ist nur da also macht ihr mal noch nicht ließen wenn es wieder dran sind so ist es treffen ja warte gelesen nachladen immer wieder nachladen über mich BD-Schuss Einzelner Möhrer folgt? Ja, ich merk's. Brennt der scheiß Däler denn nicht mal? Ja, er brennt. Das bräuchte ich. Na, die scheiß Viecher! Das wird wieder so gut wie neu sein! Nein, die sind immer noch... ich komm nicht hoch genug! Ich komm nicht hin! Oh, ich hab's nicht so überlebt. Ich hab's auch überlebt. Ah, ist so nicht tot. Oh no, den hab ich fast gekillt! Was, so viel Leben hatte der doch! Krassi! Willst auch mal Kills machen! Ha, Racerkill! Ja, aber den Tipp hab ich nicht gekillt, wo drin war! Wo ist Spawn immer? Ja, warte! Ähm... Da ist doof, hab ich grad gemerkt! Wo ab geht und dann mal Richtung, äh, Tarana fahren? Ja, können wir machen! Ja! Ich merk schon, Schneemänner suchen zieht sich das ja einiges länger! Ja! Sag ich doch! Deswegen ist so ne Web nicht ganz verkehrt, aber die findest du ja auch nur dann... Die Map ist übrigens fertig im Internet, kann ich dir schicken! Ja, gibt's welche? Mal vergleichen, ob sie die gleichen drin haben! Ja, das sind die gleichen Schneemänner! Also alle, die wir bisher gefunden haben, die gab's doch letztes Jahr! Weiß ich ziemlich sicher, weil ich die letztes Jahr ziemlich hart gesuchtet hab! Ja, so viele brauchst du ja nicht davon! Nicht so wie bei der Kürbis! Könnt ihr 100 irgendwas? Was?! Ja! Deswegen gibt's jetzt auch weniger Schneemänner vermute ich mal! Weil die Kürbis ja mal echt sind, musstest du irgendwie ein paar hundert finden! In der letzte Stufe, glaub ich, 150 oder so! Na, wir haben keinen Bock mehr gehabt! Wir haben die letzten schon gereicht, grad jetzt 75 oder so! Gehen wir schon auf den Sack! Ich hab immer noch diese Kürbiskörner! Da musst du halt Zeit investieren dann! Hm! Der Berg ist viel zu hoch! Komm ich gar nicht mehr auf! Markus, du bist so ruhig! Du fluchst ja nicht mal! Lauft's? Wie ein! Wie ein! Nicht so, dann! Achso! So! Ne! Alles klar! Das ist ja... Dein Internet läuft auch schon wieder! Naja... Ne, eigentlich nicht! Es war ironisch! Es war ja ironisch! Er... Ja! Du fahrst ja auch immer weiter! Ich bin nicht so guter Schütze! Muss mal langsam machen! Ich brauche noch 5! Dann unterstütze ich Markus! What the fuck, Alter! Ich kann nach Marke selbst unterstützen! Na, wir zu ihm fahren! Ja, ne! Wir brauchen noch 5! Jo! Mach mal! Bei ihm! Oh! Das wird wieder so gut hier sein! Ja, das ist ja schlau mich erschießen wollen! Ja, wenn du dran vorbeilaufst und nicht nur die Schrotze ausgerüstet hab! Oh, oh! Tipp! Na gut, die hat uns noch nicht erkannt! Äh, locket dies, locket dies, locket dies! Da ist einer! Boah, Alter! Mit der aus Sicht kannst du echt nicht zielen! Boah, Mensch! Das ist so scheiße! Irgendwas hat mir grad jetzt den... Der von rechts... Äh, Harris da rechts am Berg! Der ist zu weit weg, der Fury drauf bestimmt! Der, der hat... ...die andere Hässler an drauf! Ja, irgendwas hässlich ist auf jeden Fall! Fahr, der kommt! Der kommt! Fahr! Ja, was soll ich machen? Ich hab einen Pfosten vor dir! Du schießt da hinten und du hast keine Chance, den Gegend zu rappen! Ist dir schon klar, ne? Nein, kann ich nicht! Ja, warum machst du's dann? Warum schießst du denn irgendwann? Ja! Sag Silber! Ja, ich hab keine Chance, den Gegend zu rappen! Und setz dich hinten rein und rappst! Ja, wir hätten wir wenig! Was darf denn denn nur wegen dahinter? Du kannst ihm ausweichen! Genau! Du weißt, dass so ein Harris da ungefähr genauso schnell ist wie ein Harris da? Komm, gehen wir mal kämpfen! Nee, Meister sind streamen! Ich bin jetzt bei Marcos, ein Leben bei Marcos und dann komm ich rück!